ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Boah, komm. Ja, jetzt auch nicht so oft. Nee, das nicht. Aber kann schon sein. Ja, das denk ich auch. Könnt's ruhig mal öfter gehen. Da hast du nicht ganz unrecht. Nein, jetzt auch nicht. Komm, nimm's. Danke, danke. Ich war jetzt nicht. Jari ist schon ein kleiner Hitzkopf. Ja. Ja, komm. Würde ich schon sagen. Entschuldigung ist ein Clown. Was? Klare Kiste. Seriosität in Person, aber gut. Was? Gut, alles klar. Respektlos. Ich hab dich genommen. Ja, find ich gut. Ich hab keine. Ich auch nicht. Aber so Musik an sich. Krieg ich hin, oder? Ja. Ja. Freust du dich auf Weihnachten, Dolle? Es geht. Es geht bei mir auch. Aber du bist generell so Grinch-mäßig unterwegs. Klare Kiste, du. Experte. Boah. Ich bin schon ein Experte. Ich auch. Okay. Okay. Tschöse. Nicht viel, würde ich sagen. Nur beide, nicht so schnell. Das ist jetzt auch nicht mein Ding. Also keine Ahnung, wie du es machst, aber ich muss es leider. Ich auch. Ja, okay. So hab ich dich eingeschätzt, Jari. Okay. Bond Bösewicht. Boah. Schwer. Du kannst einer sein, Jari. Du aber auch. Findest du auch. Kannst auch schon mal böse sein, weißt du? Deswegen. Passt schon. Passt schon. Okay. Muss ich sagen. Komm, okay. Doch, Jari. Du bist Nitzkopf. Ja, dann muss ich leider. Sag ich doch. Ja. Schaust du viel? Es geht. Du bist aber doch ein Serien-Fan, oder nicht? Nee, auch nicht wirklich. Muss ich ehrlich sagen. Okay, dann machen wir es so. Also ich bin gut beim Lattenschießen. Ja, muss ich abgeben. Oder? Ja, muss ich abgeben. Aber ins Tor würde ich dich nehmen. Danke. Was bedeutet wie viel? Ich bin ein Bruder. Ich bin der Allerbeste. Also ich. Ja, FIFA und ich. Passt nicht. Das ist eine einfache Frage. Aber du bist gut. Ja, das muss gut sein. Das habe ich schon öfter gehört. Ich bin der Allerbeste. 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 Ich bin der Allerbeste.